ja willkommen mein name ist daniel und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of xilia 2 in der letzten folge haben wir marktburg betreten haben leia und iwabe getroffen und wir haben herausgefunden dass den julius der hier gesucht worden ist nicht der julius ist denn wir suchen weil der das ist eine kleine verwechslung die zum verwechseln ähnlich war und wir gucken nichts in einem typ an der sonne sehr komische pose hat so ich muss hier mitreden was was irgendwie auch so eine pose da wir sollen nach dubal gehen weil da ist ein kontaktmann oder kontaktfrau von leia die irgendwie mehr weiß war julius kressnik oder den den wir suchen deswegen gehen wir mal dahin und wer bist du bist du der kontaktmann ja auch mal verweiter aber ist mit der story weiter so uh this is your informant yep jude meet jolene call me whatever you want cutie anyway you know why we're here the train hijacking right maybe i know something maybe i don't i'm guessing it depends on whether we have money or info to trade right hey wir haben schon genug geld probleme willst mich eigentlich auf den arm nehmen okay ja die johann Das heißt, es hat eine bestimmte Sache zu Exodos geführt. Was? Das ist der Name der Regierung in diesen Teilen, richtig, Jolene? Supposedly. Meaning? Nein, Dice. Ich mag es leben. Was sind sie senden? Weapons? Nein, ich glaube wieder. Spiritsfossils und Boosters. Was jetzt? Das ist richtig, Kinder. Das nächste Genste, das ist die Technologie der Spiritsfossil. Wow, stop die Presse. Dieser Mann sieht ausreichend. Ich glaube, er macht es. Das ist Jude Mathis, der Spiritsfossil. Meine Mutter hat mich immer zu treffen, einen Doktor zu sehen. Sie macht mich alle Chatte. Oh, Jude, du bist wie ein Celebrity. Der Ruhige hat es, es gibt einen Dämonen in den Alleyways von Duval. Er sieht einfach wie ein normaler Mann auf der Seite. Aber ich höre, er schiebt, dass er etwas monstres Power schiebt. Er benutzt es, um seine Beine zu schützen. Wie ein Glosser-Geräusch. Wird ist, dass sogar einige von Brats-Havis der Brats-Havis verliebt worden sind. Ich habe es einfach als eine urbaner Legend geführt, aber vielleicht ist es mit der Train-Hijackung, nachdem es alles verbunden ist. Deine Katze ist zurückgekehrt. Haftbefehl. Ich meine, der Haftbefehl, meine ich natürlich. Hast du Probleme mit dem Train-Incident? Das war sicherlich schrecklich. Nein, das ist nicht das. Ich kann mich nicht vergessen, die Bilder auf Lugers Wallen. Die waren so schrecklich. Oh, die Wann-Poster? Ich denke, Ivor hat sie aufgelöst, nachdem er in die Strecke kam. Wann-Poster? Wollte das sein, dass sie eine gewaltige Version von Luger und Glasses-Guy? Ich bin nicht sicher, ob das die Intention war. Hast du sie gesehen, Luger? Na ja, und ob ich die gesehen habe. Wie sah die denn aus, was? Ja, das ist der. Geh das raus, ich versuche, es zu vergessen. Wann, dass sie in dem gleichen Stil wie die Wann-Poster in Rizamaxia sind. Warum nicht sie einfach Fotos benutzen? Luger, mach eine Bildung von dir selbst und bringe sie zur Polizei. Vielleicht werden sie es, wenn du es fragen kannst. Diese Theorie hier, mit dem Inneren nach außen spielen. Das hat der von einem alten Mann aus dem ersten Teil erfahren. Ich weiß genau, welchen alten Mann ich meine. Das weiß ich noch. Das habe ich letztens erst noch gesehen, die Szene. Wie soll ich Ihnen allen beibringen, dass das nur alles ein Witz war? Goldkleid, zerschmetterte Knochen. Geil. Hat er noch? Ach, Marksburg. So, bringen wir ein paar Katzen mit. Mal zum Spielen und zum Naschen. So, wo müssen wir optimieren? Können die Gerüchte stimmen? Geht zur Seichengasse in Dubai. Well, you know what they say. Swim with sharks, wake up with flies. Wait. Is that how it goes? Okay. Das haben wir verstanden. Ja, ne, das haben wir auch schon lange nicht mehr gewesen. Team in den Alleyways. Stalking-Broad-Members. Ich bin nicht so schade. Okay. Ist er irgendwo hier? War ein ganz normaler Typ. So, ist das die Demons-Stomping-Grohung? Ich hoffe, es ist nicht. Was, du schade? Nein, ich bin ein Freddy-Kat. Außerdem, es könnte uns zu können. Aber es ist nicht die einzige Sache, die ich interessiert habe. Was ist das Exodos, um die Materialien zu machen, um Spirite zu machen? Was ist das, Herr? Hat jemand gesagt, Spirite? Wenn Sie die Leute haben, dann habe ich die Gäste. Sie sagen, dass Sie an die Schleifflössil betrachten? Sie sagen. Nur die Schleifflössil-Klasse Schleifflössil. Wichtig ist, haben Sie gehört von Menschen, die Schleifflössil betrachten? Keine Worte. Sie sagen, Exodus, richtig? Keine Worte, Dr. Mathis. Wir nehmen Sie in die Schleifflössil, wenn Sie etwas schlussisch versuchen. In der Schleifflössil? Das ist egal. Diese Männer? Brotagent. Äh... Ja. Nicht zu überstürzen. Da hingehen. Vielleicht hat Leia ja am Plan. Ey! Und wir sind wieder in der Matrix. Okay. Hä? Was hat gerade passiert? Ähm... Ja. Er hat geschrien und... Ja. Hey! Was ist das? Was hat gerade passiert? Du siehst, als hättest du einen Schleifflössil gesehen. Hey! Was ist das? Du siehst, als hättest du einen Schleifflössil gesehen. Hey! Ich verstehe, warum du und Exodus mich so lieben. Aber wenn du uns nicht vertraust... Dann vertraust du zumindest in die Spie-Reihten. Das ist alles, was ich von euch aske. Wir sind so nahe, dass sie arbeiten. Das hat er... Das hat er voll gebracht. So, diesmal kriegen wir aber nicht aufs Maul. Oh, mach mich fertig. Los! Komisch meinen, Jolien. Sie musste uns rausreden. Tatsächlich keine Heilerei. Sie sind wahrscheinlich alle Rhizamaxians. Komm! Mach mich fertig. Los! Keine Heilerei... Sehr gut. Sehr schön. What's that? Das ist nicht Rowan. Der Typ hat noch die gleichen Klamotten. Er ist nicht der Rowan und wir wissen es. Er macht uns fertig. Rowan? Egal. Ja, ne? Clown? Die ist heute. Äh, zusammenhandeln bitte. Bei ihr seid. So. Stehen unmöglich wenn ich verarschen. Also eigentlich wie oft ich schon gestohlen habe im ersten Teil. Ja, ne? Hat sie überhaupt heilart? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Erdgeschöße, Wütener Sprung. Was denn das für Angriffe? Warum? Warum? Wer ist mit schnelle Klau und so weiter? War doch ihr erst angriffen. Hier rein. Mein Gott, der geht mir auf den Angriff. Man fällt einfach um, ey. Da kann ich nicht was stehen. Irgendwie will er nicht. Ich hab was klauen. Das ist ja wichtiger. Boah, ich krieg den gar nicht. So. Wir klauen bitte von nichts, weil er die ganze Zeit am Abwehren ist. Und ich bin am sterben. Nein! Aua! Und der war versteinert. Äh. Trank des Lebens erst mal. Fand. Wart, der kann das sogar. Du setzt das jetzt nicht die ganze Zeit ein, oder? Klau was. Ich kann nichts klauen von dem. Verzeihung! 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 Da kann es nicht sein! Das kann es nicht sein, Rowan! Ja. Das ist der Ergebnis meiner Habe! Hecker ja! als er aufgebracht weil er so eine große abwärte ich freue mich bis heute immer noch wollen wir das nicht sofort macht aber okay people don't just banish into thin air well they must be hiding around here somewhere so find em what did you monsters do it's more that spirit art trickery you really are monsters aren't you that's enough Und wer bist du? Du sagst mir etwas. Warum ist Exodus so intensiv auf spierreitungsmaterialien? Ich denke, wenn sie ein Spierreit aus Kontrollen auf der Welt entdeckten. Jeder würde sehen die Gefahr in es. Der öffentliche Unterstützung würde sich in eine Flashe. Ja, sie würde. Der Plan ist ein gewöhnliches. Hold auf einen Moment. Du... Du wirst uns nicht töten? Wir sind nicht die Monster, die du glaubst, wir sind. Nichts verändern. Es scheint, dass Reza Maxia die Gefahr in dieser Stadt geht. Vielleicht kannst du in die Lande of Kanan und wünschen die Hade. Entschuldigung? Die Lande of Kanan ist ein magischer Ort, das wünscht für Menschen. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Das ist das, was uns Menschen macht. Es ist okay, diese beiden sind die Wahrheit. Rowan, Gaius, danke dir. Ersten. Huh? Jetzt bin ich nur ein Mann über die Stadt, ähnlich wie jeder andere. Bitte, nennen mich Ersten. Seine Herrin ist in Cognito zu gehen, um ein Gefühl von öffentlichem Opinion in Olympias zu bekommen. Kannst du das wirklich wirklich tun? Ich meine, du bist der König von Rhizamaxia. So ganz nebenbei. Ich habe noch nie einen richtigen König gesehen. Hier war deine große Hilfe. Okay. Danke, Ersten. Okay. Ja, machen wir mal so. Danke viel, Herr Herrin. Meow. Es ist nur Ersten. Er kann sein als Kind als Kind sein. Was war das, Rowan? Nichts. Hey, ich habe gerade etwas gedacht. Denkst du, dass der Dämon von den Alleyways ... ich meine, Ersten hier war? Ich meine, es könnte sein. Aber der schreckliche Rowan sieht auch aus wie der Gäste. Der schreckliche ich? Ja, du siehst. Ja, verrückte Zeichs passiert. Vielleicht haben wir irgendwas genommen, ich weiß es nicht. Interessant. Es scheint, dass du dich selbst in ein paar paranormalen Phänomen getroffen hast. Deine Gedanken, Rowan? Was? 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 Gut genug für mich. Jetzt gehst du zum Grund. Wie du möchtest. Würdest du so nett sein, dass ich dich ermöglichen kann, dass ich dich entdecken kann? Ja, klar. Warum nicht? Ich bin Rowan Ilbert. Es ist ein Freude zu machen, dass du mitgebracht hast. Jude. Ich weiß. Ich kann mich nicht, Exodus zu lassen. Ich versuche die Spirite-Tekke und versuche sie falsch. Ich bin nervös. Es war aber beinahe die ganze Truppe schon wieder beisammen. Auf eine. Wollte gerade sagen, er ist ein Riesemaxia. Das Monster in der Gasse. Kapitel 5. Ende. So, ich hoffe, wir haben jetzt alle Charaktere erstmal. Du hast jetzt 5 andere Gruppenmitglieder. All diese Figuren halten sich in der Stadt auf, wenn du dich gerade nicht mit der Hauptgeschichte beschäftigst. Loth kann allerdings nur 3 von denen mitnehmen, wenn der Stapfer ist. Okay. Wird deine Gruppenmitglieder also mit Bedacht aus, bevor du losziehst. Du kannst deine Gruppenmitglieder in jeder Stadt ändern. So, jetzt müssen wir mehr Geld zurückgeben, hm? Ja. Ja. 1, 2, 3, go! Rockbeet, scissors! Ich gehe wieder! Das sind 6 Mal in der Reihe! Du bist nichtverlässig! Der böse Kanzler! Der böse Kanzler! Gaius! Das macht ihn der Nummer 2-2-Ga und in all der Riesemaxia. Der König. Der König. Aber in fairy tales, der König ist immer der Wiel. Hey, du bist richtig! Sie immer zu schrecklich versuchen, zu schmieren der König und mit dem König. Wie kann ein solcher Kind sehen durch meine Ammitionen? Huh? Das ist wahr? Wie du verstanden hast, ich derartige Freude auszutzen, von den Geistern zu entgegen. Ich lege ihre Paunen, ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein-ein. Hm. Kleider machten Leute. Gucken wir mal an. An uns kommt er aber noch nicht heran. Ja, würde ich auch sagen, ganz ehrlich. Habt ihr euch meinen Bart von hier angesehen? Der geht in die Koteläten, ne? Es ist nicht so nah. Alvins sieht ein bisschen schab. Hey, jetzt. Das Wort, was du anstiegst, ist rogisch. Du bist ein bisschen zu jung, um das so etwas zu empfehlen. Also, was inspirierte dich, eine Beard, Alvin? Nun, es gab viele Faktoren. Aber ich dachte, es war Zeit, neue Dinge zu versuchen. Wie? Wie alles. Du wirst nur einmal leben, oder? Und du musst die Dinge, die du möchtest, was du kannst. Hm. Das ist eine mehr juvenilische Reise, als ich erwähnt habe. Es wäre schon viel Spaß gewesen, wenn du entschieden würdest, ein Disguise oder was. Hm. Was ist Tipo überhaupt, ja? Was ist das für ein Titel, ey? Das ist die Welt, wie ich sag. Komm, du bist für mich zu schieb. Du hast Fragen über Tipo? Wmm, was ist er? Tipo ist Tipo, ein liebbarer Freund zu allen. Das ist eine Leere, keine Tiere, die sich wie du. Und wenn es gab, sie noch nicht reden können. Teepo ist eigentlich ein manna-amplifizierungsverhältnis, known als ein Booster. Es ist wegen Teepo, dass Elise so kraftvolle Spiritsartes ist. Er machte sie stärker als sogar ein normaler Adul. Also, ihr seid ein Scham. Ein Scham? Du willst sein, ein Grunum, oder? Also, du hast Teepo helfen, zu schützliche Spiritsstuff. Keine Worte, ich will nicht sagen, jemanden. Aber, danke? Du solltest nicht auf sie sein, okay? Hey, Jude? Ah, richtig. Es ist ziemlich groß für mich, um dich zu kümmern, oder? Du kannst mich später bedanken. Jetzt, wer einen Scham? Sehr schön. So. Okay, ich kann also die Gruppe nicht mehr im Kampf auswechseln. Das ist strategisch jetzt aber ganz schön heftig. Finde ich. Aber schnelle Klaue, war immer noch nicht gelernt. Solider Schutz, ja, das ist erstmal Ruß, okay. Gletscher, war ich da ein Meer? Weiß ich gar nicht. War ich da her? Tu mal einfach mal aus, ne? Ne. Na, Ruß wegen solider Schutz und so. Was hast du überhaupt? Heilender Wind durch dein Schicksal, drei Steinen. Heilender Ethyl, ein Kieser, wenn ich nur schwert wie ein Taktstoß, die Agentenherz und verbünde den Dreifahrter als was? Geil. Sollen wir mal etwas herum experimentieren. Leer. Ich habe mir es möglich gemacht, dass das Schiss mal aufgehoben wurde. Ich kann sehen, dass vor allem Jude sich für alles von dem, was bis jetzt verantwortlich fühlt. Das lässt mich hoffen, dass das Land Kane in einem Ort, in dem Wünsche in Erfüllung gehen wirklich existiert, weißt du? Der Absatz dieses Monats ist so schlecht wie nie. Das soll ich bloß tun. Okay, wow. Wir haben schon wieder ein bisschen zu viel Zeit hier verbraucht. Dann gucken wir noch mal. Unnötige kleinen Sachen. Ist hier irgendwie was noch passiert in letzter Zeit? Weiß nicht, aber hier ist ein Speicherpunkt. Deswegen würde ich sagen, ich beende mal hier den Part und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play TX2. Ich bleibe euch alle herzlich für's Zuschauen und sage Tschüss.